herzlich willkommen zur 106 folge des mana entzug podcast ich bin der jakob und beim mana entzug podcast geht es um magic the gathering mit fokus auf commander ich hoffe eine wunderschöne woche wir haben ein wunderbares thema heute und zwar das zwei jahre jubiläum den podcast gibt es seit zwei jahren und es gibt ein paar dinge auf die ich eingehen möchte seit dem letzten jubiläum was ich geben als folge gemacht hatte und natürlich auch wie sieht es heute aus wie ist die zukunft bevor wir dazu kommen möchte ich noch ein lucky patron nennen und diesmal ist es cambo 123 vielen vielen lieben dank für deinen support dass du den podcast und dieses projekt unterstützt freut mich dann sehr dass ich das dann ein bisschen größer denken kann denn man kann auf patreon.com man slash mana entzug den podcast unterstützen ab dem ersten tier kriegt man alle podcast folgen als mp3 in als download zur verfügung gestellt plus ein tag vor der veröffentlichung in der regel ab dem zweiten tier gibt es eine nennung in den show notes und in der video beschreibung und man bekommt dann zugang zum patreon bereich im mana entzug discord und ab dem dritten tier gibt es einen monatlichen patron call wo quasi jeder auch daran teilnehmen kann aus dem tier oder halt eben auch später als vod anschauen kann falls eben nicht klappt und jedes tier nimmt auf jeden fall teil an einer ultimate guard gute verlosung und gutes stichwort am ende der folge gibt es auch ein großes giveaway ein zwei jahres jubiläum es ist richtig insane ich freue mich mega über diese giveaways und hoffe dass es dann einen unter die leute kommt und ihr euch darüber freut und es gibt natürlich eine weitere möglichkeit den podcast unterstützen das ist wenn ihr über sowieso eure magic produkte online bestellt weil sagt günstigste angebot und ihr wollt immer schnell haben zum pre-release direkt jetzt zum beispiel von foundations was demnächst rauskommt dann könnt ihr gerne über den games island affiliate link gehen der in der video beschreibung unten den show notes ist dann zahlt ihr keinen cent mehr unterstützt mich damit aber automatisch was halt ein super win ist müsst gar nicht mehr machen und tut das was ihr sowieso tun würdet nämlich magic produkt bestellen dann gehen wir ganz kurz in die startphase ich werde nicht darauf eingehen jetzt in dieser folge was seit start des podcasts passiert ist das habe ich nämlich im letzten jahr schon gemacht beziehungs in der letzten jubiläums folge diese folge handelt sich wirklich nur um das letzte jahr was passiert ist was heute ist und was in der zukunft kommt das wollte ich jetzt nur sagen also wenn ihr aber lust hättet zu wissen wie das ganze projekt entstanden ist was alles dazu gehört geht doch gerne in die letzte folge rein nach dieser folge und hört euch einfach an was ich da zu sagen hatte oder würde ich sagen gehen wir in die hauptphase was ist denn letztes jahr so alles passiert nicht muss sagen es ist wirklich viel passiert das ist richtig richtig viel passiert es hat angefangen nämlich nach kurz nach der jubiläums folge mit der command comfort die jetzt lustigerweise an dem diesem wochenende wieder ist zum zeitpunkt der aufnahme nämlich und das war so das erste richtig tolle erlebnis als creator denn ich wurde als creator eingeladen dass das hat mich sehr sehr gefreut vor allem weil es noch nicht ganz so klar war dass hier raus dagegen komme also ich bin tatsächlich es war das für mich ein heimspiel ich konnte dann abends einfach nach hause fahren und das richtig schön ist ich konnte halt einige andere creator und aber auch zuhörer auch mal zum ersten mal in person treffen was ich sehr sehr cool fand beispielsweise alex die commander schmiede zum ersten mal in person gesehen hatten auch um den zeitraum gerade die top 10 aufgenommen für xalan ich glaube es müsste sogar an dem wochenende rausgekommen sein und habe zum ersten mal den commander kompass in person treffen können was natürlich auch sehr mega sehr sehr schön war vor allem weil es auch mal schön war auch noch den fritz kennenlernen zu dürfen der ist ja seit anfang des jahres nicht mehr beim commander kompass aber eben auch jochen und freddy und das hat auf jeden fall sehr viel spaß gemacht wir hatten dann auch dieses creator battle also dominik meyer freddy und alex von die commander schmiede eben wo wir zusammen ein die pre cons gespielt haben von xalan auch sehr sehr coole decks wo mich dann das mehrfolg deck wo ich das mehrfolg deck bekommen hatte und das dann so gefeiert habe dass ich es mir dann gleich holen musste weil ich es eigentlich sehr sehr spannend fand und ja freddy und alex waren beide schon häufiger gast was aus dem treffen vor ort herausgekommen ist man muss sozusagen dass alle tatsächlich am zweithäufigsten schon gast war und freddy am dritt häufigsten mit anderen gästen die auch schon dreimal gast waren das kommt daher dass wir regelmäßig im austausch stehen und das ist eine sehr schöne sache einfach der austausch auch mit den anderen creator das ist halt eine sehr sehr wirklich schöne sache dann ging es weiter im november habe ich freddy tatsächlich auch mal wieder in person getroffen also relativ kurz nach der commandcon weil es diesen qualifier gab in hof bei games island ich habe gesagt naja ich bin ich bin in der nähe wie sieht es aus wollen wir uns treffen vielleicht ein bisschen commander spielen und war auf jeden fall super cool habe es zwar leider nicht in die top 8 geschafft um noch mal den draft mitnehmen zu können aber dann habe ich halt mit freddy und noch einer person dann commander gespielt und da war immer noch ein bisschen zeit gewesen ich konnte dann wir konnten noch ein bisschen jumpstart spielen hatten dann jumpstart 22 gespielt was auch sehr viel spaß gemacht hatte und ja war auf jeden fall eine sehr sehr schöne erfahrung und durch die commandcon hat sich dann aber auch eine weitere tolle neue gruppendynamik entwickelt mit anderen creatoren also mit alex die commander schmiede mit nico cardcaster und eben mit dennis prozeit denn ursprünglich hatte ich nach der ankündigung der magic con amsterdam was ja dann auch um den zeitraum kam nicht wirklich vorgehabt dort hinzufahren gründe waren dass es zu weit weg ist zu voll sein wird gegebenenfalls auch zu warm also ich das ist ja auch dann ende juli in juni gewesen oder so da ist es dann auch meistens relativ warm und durch einen privaten schicksalsschlag letztes jahr habe ich mir dann doch gedacht warum eigentlich nicht man lebt nur einmal und am meisten bereut man ja eher die dinge die man am ende nicht gemacht hat im vergleich zu den sachen die man eben doch gemacht hat und dann haben wir uns alle beworben als content creator für die magic con und hatten dann aber auch schon das hotel gebucht für eben die magic con also alles schon gebucht den flug halt dann auch schon uns organisiert und dann ist das passiert womit ich nicht gerechnet hatte und zwar dass ich als content creator eingeladen worden bin zu zur magic con was ein mega highlight für mich war alleine dieses gefühl zu sagen okay es wird doch irgendwie gesehen was ich mache ich meine ich war zu dem zeitpunkt noch deutlich kleiner als jetzt darauf kommen wir auch noch zu sprechen aber ich habe mir auf jeden fall sehr darüber gefreut einfach das war so ein so ein richtig tolles gefühl auf jeden fall und ja muss auch sagen das war so der erste startens jahr es kann mir glaube ich anfang januar oder im januar wurde das dann bekannt geben ob man halt eben dort hin kann und bis dahin sollten aber noch einige monate ins land gehen und es gab wirklich so ein paar weitere highlights die ich hier erwähnen möchte also im februar zum pre-release wochenende von mörders und karl auf männer war ich zu gast bei jan basler bzw salt wars zusammen mit matze von commander amateur so konnte ich beide eben auch noch björn und tim auch mal persönlich kennenlernen was mir eine freude war leider wird die folge die wir an dem wochenende bzw folgen gedreht haben nicht erscheinen was ja schade ist was die extra anreise und so weiter angeht aber ich habe dennoch sehr sehr viel lernen können das ist wichtig und konnte durch die kontakte die dadurch geknüpft werden auch einiges mitnehmen also haben wir auch gesehen ich habe auch die content creator eingeladen also jan war ja auch schon zu gast eben im podcast schon wenn ihr es jetzt hört zum dritten mal tatsächlich was auch noch ende 20 23 noch unglaublich ist der hat fritz vom commander compass leider aufgehört teil des podcasts sein was ich vorhin schon gesagt hatte und ich bin froh ihn auf der command con eben kennenlernen zu dürfen zudem hat sich der etablierte magic podcast nackt und rosa mit ihrer 100 folge mit dem podcast projekt aufgehört im rahmen des podcasts haben sie noch eine verlosung durchgeführt bei der sie eine reise nach herxheim zum werksgelände von ultimate guard verlost haben und ich weiß noch dass ein hörer vom mana entzug podcast an der stelle liebe grüße an sylvan doral mich direkt anschrieb und fragte ob es noch jemanden namens mana entzug gäbe weil jemand mit dem namen das gewinnspiel von nackt und rosa gewonnen hat völlig ungläubig habe ich mir das video angeschaut tatsächlich ich hatte gewonnen war völlig überwältigt also war im april kurz vor dem das war outlaws of thunder junction playlist war es dann soweit ich bin mit einem leihwagen nach herxheim gedüsten habe das wochenende mit martin daniel und chris von upsolzold der auch schon zu gast war verbringen dürfen das war absolut genial ich konnte die hallen von ultimate guard sehen durfte mir als gewinn noch produkte von ultimate guard mitnehmen übrigens sind das die produkte die ich auch für verlosungen von patreon hernehme also profitiere am ende nicht nur ich damit sondern auch die die den mana entzug podcast auf patreon unterstützen und darüber bin ich sehr sehr dankbar das allerbeste war aber dass ich mit martin und dann noch eine letzte folge mit den beiden aufnehmen durfte das haben wir dann im hollywood von ultimate guard gemacht und die podcast folge hat trotz schlechter aufrufzahlen die meisten privaten nachrichten hervorgebracht von creator kollegen oder angehenden creator kollegen die sich davon haben inspirieren lassen was ich zu befinde ganz nach dem motto der folge einfach machen und das hat mich so auch so sehr berührt dass ich da einen so großen einfluss auf ein paar wenige nehmen konnte also auch selbst content zu machen denn es ist großartig auch wenn es immer wieder recht herausfordernd ist dann mit dem april kam auch eine ganz andere herausforderung auf mich zu durch die 1000 abonnenten auf youtube war es nun an der zeit das mana entzug projekt auf das nächste level anzuheben und zwar ein nebengewerber dafür anzumelden dabei gab es tatsächlich einige hürden die durch die ich hüpfen musste denn einfach so ein gewerbe für etwas einfaches wie ein podcast beziehungsweise creator projekt anzumelden ist zumindest in bayern wirklich ein pain in the beep bei problemen habe ich dann auch andere creator kollegen gefragt wie sie manche dinge handeln und in manchen punkten hatten hatte keine erfahrung weil es anscheinend auch von bundesland zu bundesland oder sogar von kommune zu kommune unterschiedlich sein kann unglaublich aber nach einem gewissen struggle war das endlich geschafft und ich habe mit dem schritt auch patreon gestartet und ich bin darüber sehr glücklich und wie es läuft und sehr dankbar für die leute die so viel lust auf das projekt haben dass sie es unterstützen möchten also an der stelle noch mal vielen lieben dank freut mich wirklich sehr die zeit bis zur magic con amsterdam ist dann wie im flug vorbeigegangen und was war das für ein geiles event bitte also es war richtig gut ich habe richtig viele leute endlich in personen kennenlernen dürfen und habe auch einige verpasst weil ich in ticketed events gehangen habe das werde ich dann bei der nächsten magic con die leider erst wieder wahrscheinlich 2026 kommen würde definitiv anders machen und deutlich weniger events machen und viel mehr mit den anderen creatoren und menschen die den manern zu podcast hören und gerne quatschen wollen zu verbringen übrigens war auch die podcast folge aus amsterdam mit alex die commander schmiede die bisher beste podcast folge von der kulisse die ich bisher machen durfte wir haben einen richtig schönen vorhang gehabt so die lampen hinter uns und haben dann eben auch noch einen stuhl aus einem anderen raum also aus einem anderen zimmer noch geborgt sag ich mal für die aufnahme und allein allein schon dazu sitzen das hat so richtig eine art vintage style gehabt ich würde am liebsten gerne die alle podcast folgen so aufnehmen vielleicht noch mit einem mit einem größeren tisch nach vorne dran oder so aber das hat auf jeden fall ziemlich geballert das war wirklich eine sehr sehr coole erfahrung und eben halt auch die möglichkeiten person also in person eine podcast folge aufzunehmen also nicht über remote was ja eigentlich überwiegend der fall ist weil es nicht einfach geht anders geht weil viele der creator leben halt ganz woanders aber an der stelle war halt dieses gemeinsam aufnehmen in einem raum halt auch wieder was ja sehr schön ist was ich auch bei nackt und rosa machen durfte also in herxheim war das war schon sehr sehr gut und merkt einfach dass es eine ganz andere dynamik gibt also dass natürlich dann man viel besser aufeinander noch eingeht man unterbricht sich nicht so weird also so seltsam dass man sagt hmhm jetzt wollte ich eigentlich was sagen aber der andere hat noch nicht meine meine audio erhalten sag ich mal und dann fühlt er sich unterbrochen und dann sag ich ja mach du und dann sagt er nee mach du okay dann redet der eine wieder los dann macht der andere wieder was das ist halt dann der vorteil wenn man halt in person sitzt dann kann man sich auch leichter unterbrechen oder beziehungsweise leichter mal kurz zwischen rein was sagen als in einer remote session das ist einfach so und naja den rest zu der magic con könnt ihr euch ja zum teil im vlog ansehen ähm ich habe richtig coole internationale creator treffen können sogar auch melissa de torah äh mitarbeiterin von wizards of the coast für ein kurzes interview interviewen dürfen und es war so viel spaß deswegen bin ich auch etwas traurig dass wir kommen dass wir keine magic con in europa haben werden weil den langen weg in die usa werde ich dafür nicht antreten nur einen monat später war ich dann zu gast bei toby elder demon highlander nachdem er eine einladung zur underworld championship ausgesprochen hatte als er bei mir zu gast war und wir über proxys geredet haben und das war auch wirklich eine sehr tolle erfahrung und auch mal zu sehen wie es so eine underworld championship macht wie die aufnahme läuft auch das editing und davor habe ich auch massiven respekt finde ich klasse was er macht schaut auf jeden fall rein super kollege und wieder ein monat später war ich dann auf dem command fest in frankfurt wozu ich wieder als creator eingeladen wurde worüber ich mich doch wieder sehr gefreut habe es macht einfach spaß mit allen möglichen creatoren zu interagieren gemeinsam content zu machen oder einfach nur zu quatschen und eine runde commander zu spielen ich durfte dann dort auch meine commander variante anbieten und holy moly hat das spaß gemacht ähm das war das mit dem evil deck wo ich quasi diese karten reintab die entweder sehr gut für einen sind oder halt eben sehr schlecht ich habe dazu auch eine podcast folge gemacht das werde jetzt in der infokarte auf youtube zumindest mal anzeigen und zwar ein überaus gelungenes event ich werde nächstes jahr auf jeden fall wieder hingehen wenn es meine urlaubswandlung erlaubt also ich hätte richtig lust nächstes jahr wieder als creator zu kommen ein bisschen was anzubieten für euch auch und halt eben auch mit euch zu spielen zu quatschen was dazu gehört danach wurde es damit etwas ruhiger wobei wie es vorhin schon erwähnt habe wenn ihr das jetzt hört war schon die command comfort wozu ich wieder eingeladen wurde darüber habe ich mich auch wieder sehr gefreut und ich bin sehr gespannt auf das show match zwischen frau hase freddy und eine vierte person ist auch nicht ganz klar wer es wird ich bin auf jeden fall gespannt so das war ja so das letzte jahr es ist einiges passiert ich war viel unterwegs und der stand heute wäre jetzt auch mal ganz interessant zu erfahren also inzwischen habe ich mit dieser podcast folge 100 neuen podcast folgen gemacht ihr fragt euch sicher wie es geht wenn wir bei folge 106 sind aber das ist relativ einfach zu erklären ich habe zu drei pre-con sets die sogenannte manalyse gemacht da habe ich einfach jedes pre-con office detail analysiert und noten dafür gegeben allerdings war das feedback nach zwei folgen relativ gering beziehungsweise hat nicht den aufwand gerechtfertigt den ich da reingesteckt habe man muss dazu sagen wenn ich dann das auseinander nehmen möchte das deck und halt genau analysieren möchte ich habe dann ja auch geschaut wie viele so removals drin card rod drin ramp und alle möglichen sachen die man sich normalerweise anschaut wenn man sich ein deck anschaut das ist relativ aufwendig und wenn dann ich habe mir noch die preise noch genau angeschaut habe sie wirklich händisch alle rausgesucht um halt zu ermitteln ob das halt vom reprint wert halt gut ist und das frisst unheimlich viel zeit also das ist halt es ist halt einfach viel zeit die reingeflossen ist und ich hatte dann gedacht ich mache das nur als audio folge weil ich einfach keine zeit habe das noch auch noch zu editieren und das problem ist dass man doch sehr sehr davon abhängig dass man das relativ zeitnah macht weil wenn man damit eine woche wartet oder zwei oder drei dann interessiert es einfach keinen mehr weil es halt auch bei magic dann so ist nach drei wochen oder vier wochen ist das nächste schon ein spoiler und dann macht es überhaupt keinen sinn dann auch irgendwie großartig pre-con upgrades zu machen wenn die meisten leute schon ihre pre-con upgrades angeschaut haben von anderen kollegen deswegen ja habe ich das dann doch wieder aufgehört naja und für das zweite jahr war mein ziel relativ einfach und relativ geradeaus sage ich mal erstmal möchte ich es weiterhin schaffen keine einzige woche den podcast ausfallen zu lassen und mein zweites ziel war die 1000 abonnenten auf youtube und das habe ich dann im april schon erreicht und damit auch die möglichkeit meinen youtube kanal zu monetarisieren also super gut und jetzt würde ich sagen gehen wir mal tiefer rein in die statistiken und zwar über den podcast in sich also geht es nur darum podcast also nur zum audio download letztes jahr zum ersten jubiläum hatte der podcast genau 6.328 downloads über alle plattformen hinweg heute am 19.10 2024 also ich nehme es jetzt ein bisschen später auf die daten sind noch ein bisschen älter tatsächlich sind es 40.723 downloads über alle plattformen hinweg und gesamtzahl der hörer innen sind bei 20.116 und das ist wirklich der wahnsinn also das ist so krass damit hätte ich nicht gerechnet das sind in download zahlen ein plus von 543,54 prozent und der anzahl der hörerinnen ein plus von 573,45 prozent also richtig heftig und vielen lieben dank fürs regelmäßige einschalten und dabei bleiben das ist eine besonders große ehre für mich dass ihr mir so viel zeit schenkt und den podcast eben euch anhört die meinung anhört die meinung der gäste anhört das ist ja auch eine weitere wertschätzung und ich dachte mir dann schauen wir uns dann an was denn jetzt die top 5 podcast folgen aus diesem jahr sind und die top 5 podcast folgen aus diesem jahr fängt an und ich würde sagen ich nehme mal fangen bei der nummer 5 an ist mahneinzug folge 92 die besten 10 karten aus bloomboro mit gast frau hase also vielen lieben dank das war eine sehr sehr aktuelle folge tatsächlich mit 705 downloads also letztes jahr waren glaube ich die download zahlen so bei 100 bis 150 oder so also das ist auch eine krasse steigerung was man da sieht dann die vierterfolgreichste podcast folge war die 91. commander gegen die wir es lieben und hassen zu spielen mit gast bolle von herum kommandiert mit 716 downloads dann die dritterfolgreichste folge war die 87. wie du den spaß am deckbau wieder entdeckst mit freddy vom commander kompass hatte 747 downloads dann kommen wir zur 90. podcast folge wie du besser in magic wirst mit gast robin von radio raffnicker beziehungsweise gamery 897 downloads und die erfolgreichste folge hat tatsächlich den gleichen gast wie letztes jahr und zwar war das die 74. folge tipps wie du besser im commander deckbau wirst mit gast jan basler von salt wars hat 957 downloads also geht knapp auf die 1000 zu richtig krass ich bin mega überrascht ich finde es mega gut freut mich da extrem dass da so viel leute zugehört haben weil das ja auch eine gewisse visuelle komponente immer hat und nicht unbedingt heißen muss dass eine podcast folge so erfolgreich ist wie eine youtube folge also wenn die auf youtube eben kommt und die laufzeit aller podcast folgen ist inzwischen bei 3 tagen und 21 stunden also man kann fast 4 tage den podcast komplett durchsuchten wenn man nicht schläft und nichts anderes macht das ist ja auch schon mal krass und jetzt kann man es noch ein bisschen runterbrechen so auf die verschiedenen plattformen wie es da aktuell aussieht auch spotify das ist so die hauptplattform wo der podcast gehört wird habe ich jetzt 596 follower das ist inzwischen sogar mehr seit ich zum letzten mal geschaut habe aber das war zumindest der zeitpunkt wo ich es dann alles aufgeschrieben hatte und letztes jahr hatte ich 112 follower zum gleichen zeitpunkt ungefähr und das ist ein plus von 432,14% also das ist richtig gut und wir haben 65 bewertungen jetzt bei spotify mit 4,8 sternen und da bin ich ein bisschen traurig aber da komme ich gleich noch zu 20 bewertungen waren es letztes Jahr und ich hatte 5,0 Sterne und bei apple podcast sieht es so aus 21 bewertungen mit 4,7 Sternen aktuell und vorher waren es eben 7 bewertungen und 5,0 Sterne schade über die 1er bewertungen ich würde mich sehr darüber freuen wenn man nicht nur einfach einen Stern gibt sondern auch dazu einen Kommentar verfasst das geht nämlich auf apple podcast warum eben der podcast so schlecht sein soll an sich versuche ich mir das nicht so sehr zu herzen zu nehmen aber ich würde mich natürlich auch gerne verbessern und wenn es so offensichtlich einen Verbesserungsbedarf gibt ja dann würde ein konstruktiver Kommentar mir mehr helfen als die Bewertung an sich aber gut das hat er hingestellt irgendwann kommen halt auch mal schlechte Bewertungen rein damit muss man einfach rechnen dann schauen wir mal weiter auf YouTube und Zeitpunkt wo ich das aufgeschrieben habe war ich bei 1432 Abonnenten ich habe tatsächlich die Abonnentenzahl vom letzten Jahr nicht daneben gestiegen aber ich glaube es waren so 570 rum also auch ein ordentlicher Anstieg was ich sehr sehr gut finde inzwischen gibt es auch 293 Videos 137 Großformat Videos also wie der Podcast oder manch andere Videos im 16 zu 9 Format und 135 Shorts das sind die kurzen 1 Minuten Videos und 29 Livestreams inzwischen also unter anderem auch die Patreon Calls die nicht öffentlich sind und die Aufrufe sind jetzt aktuell bei 195.092 Aufrufen letztes Jahr waren es bei 92.305 also ein Plus von 111% und ja man muss dazu sagen warum ist nicht die YouTube Aufrufzahl gleich gewachsen wie eben auch die Anzahl an Auf-Download-Zahlen beim Podcast das ist denke ich relativ einfach zu erklären YouTube Shorts können deutlich mehr Aufrufe generieren oder haben zumindest bei mir deutlich mehr Aufrufe generiert als eben die Podcast-Auffolgen und ich denke das ist so ein Hauptgrund warum halt weil ich habe jetzt letztes Jahr nicht so viele Shorts gemacht war jetzt einfach nicht so der Fokus von mir gewesen wobei ich aktuell wieder ein bisschen anfange also es wechselt immer so ein bisschen ab würde ich sagen und dann haben wir noch die Wiedergabezeit und die ist bei 17.759,4 Stunden letztes Jahr waren es 4.614 Stunden und das ist ein Plus von 280,57% ja und über zwei Jahre Wiedergabenszeit insane das ist schon richtig krass zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich quasi mehr Wiedergabezeit als es den Podcast in Tagen gibt was wirklich krass ist und ich würde mal sagen wir gehen auch nochmal auf die erfolgreichsten Folgen ein oder erfolgreichsten Videos sage ich mal auf YouTube das eine ist eben auf Platz 5 das ist ein Box Opening das war von Duskmor das erste was ich gemacht hatte sowas habe ich noch nicht erlebt das ist der Titel davon hat 1472 Aufrufe mit Wiedergabezeit von 196,4 Stunden und 5 Abonnenten plus gegeben die MagicCon Amsterdam ist dann das 4. erfolgreichste Video der Vlog den ich gemacht hatte mit 1507 Aufrufen eine Wiedergabezeit von 223,4 Stunden und 11 Abonnenten plus dann die dritterfolgreichste Podcast äh Video dritterfolgreichste Video auf YouTube im letzten Jahr sind die besten 10 Karten aus Bloomberg für die 99 mit Frau Hase hatte 1529 Aufrufe mit einer Wiedergabezeit von 253,7 Stunden und plus 10 Abonnenten und zweiterfolgreichste war Budget Alternativen die du noch nicht kanntest die 70. Folge hat er 1647 Aufrufe und 256,7 Stunden Wiedergabe und plus 25 Abonnenten die mit Abstand erfolgreichste Folge oder das erfolgreichste Video ist tatsächlich auch die erfolgreichste Podcast Folge und zwar die mit Jan Bassler eben die 74. Folge wie werde ich besser im Commander Deckbau ihr müsst euch nicht wundern warum der Titel anders ist als eben auf Spotify ich ändere manchmal die Titel von den Podcast Folgen auf YouTube damit sie besser zu suchen sind also das ist so eine andere Geschichte so wie kann ich es schaffen dass mehr Leute das Video finden was sie finden wollen und wenn ich selber nach etwas suchen würde wie ja wie werde ich jetzt besser im Deckbau dann würde ich das genauso reinschreiben in die Suchzeile und das hat eben 2784 Aufrufe und hat 865,3 Stunden Wiedergabe was richtig krass ist weil man braucht 4000 Stunden damit ein Partner wird bei YouTube und dieses eine Video hat quasi schon fast ein Viertel der Voraussetzungen theoretisch wenn man YouTube Partner werden will an Stunden das ist richtig krass und ein Plus von 51 Abonnenten was richtig gut ist es gibt ein paar alte Folgen also es ist nicht die meist die Folge mit den meisten aufrufen es ist immer noch die dritte Folge die erfolgreichste da sie halt konstant bergauf geht mit den Aufrufzahlen einfach weil es halt ein Evergreen Thema ist wenn man darüber spricht wie jemand seine Sammlung organisiert interessiert das einfach jeden irgendwann mal im Laufe seiner Magic Karriere deswegen ist die immer noch die erfolgreichste dann würde ich noch kurz auf andere Social Media Accounts eingehen TikTok habe ich 171 Follower 1894 Likes habe ich aber kaum genutzt also TikTok ist so eine Plattform die habe ich relativ außen vor gelassen ich versuche es gerade wieder ein bisschen mit den Podcast Ausschnitten ein bisschen zu befüllen aber ist eigentlich nur so ein Werbeoutlet für mich für den Podcast auf Instagram inzwischen 1173 Follower habe ich auch viel mehr Fokus auf den Storys also es ist jetzt kein richtig großer Account sag ich mal für einen Podcast und für den Magic Bereich aber es ist wirklich wie gesagt auch meistens eher dafür gedacht dass ich halt dann den Podcast bewerbe und natürlich mit den Leuten interagiere das kommt auch hinzu dann auf Twitter X habe ich 125 Follower da ist der Anstieg relativ gering also Twitter komme ich irgendwie nicht darauf klar dann Blue Sky 33 Follower Facebook 40 Follower und ganz neu gibt es ja auch Threads und bei Threads habe ich tatsächlich mehr als auf Twitter weil es halt auch eine Kooperation beziehungsweise die gleiche Firma dahinter steckt wie bei Instagram und wenn man eben auf Threads geht kann man sagen ich will allen Accounts folgen die quasi über Instagram Account einen Threads Account angelegt haben und wenn die kommen will ich die automatisch followen und dadurch dass das viele machen kriege ich mal ich glaube ich bin auf die Plattform gegangen hatte gleich mehr Follower als auf Twitter und da habe ich 260 Follower was auch sehr schön ist so an dieser Stelle mal ein fettes Dankeschön an alle Gäste die bis jetzt schon beim Mana Entzug waren und zwar möchte ich sagen Tobi mein Kumpel der mich zum Magic gebracht hat vielen lieben Dank du warst am häufigsten tatsächlich schon dabei dann Matze war dabei Commander Amateur dann war der Rob dabei der magische Investor vielen lieben Dank dann war Jan Basler dabei von Salt Wars Ober war dabei EDH Loveblog und Chorus von Shinies Command Alex die Commander Schmiede zweithäufigster Gast übrigens war auch dabei Dominik Mayer Robin beziehungsweise Yogi Socke war dabei Patrick von MTG mit Patrick und Freddy vom Commander Kompass Nico Cardcaster war auch da Marc ämtige Blackset und auch Co-host von Radio Raffnika übrigens glaube ich auch inzwischen am dritthäufigsten dabei gewesen dann Jonas von 40 Live Podcast vielen Dank dass du auch schon da warst Tobi Elder Demon Highlander war auch mehrere Male schon da als Gastbeitrag und eben halt auch richtig eine gesamte Folge dann Sebastian von Innistrad In war auch dabei cooler Podcast von den beiden von Sebastian und anderen Namen ist mir entfallen aber auf jeden Fall auch schaut unbedingt rein dann Daniel und Martin von ehemals Nackt und Rosa dann war auch Chris von Ups Alls Salt schon dabei dann Mina beziehungsweise Mina Keks mit dem Nickname dann Daniel Daniels Magic Bude war als Gast kurz dabei dann Marius vom Commander Kompass Robin Radio Raffnika beziehungsweise Gamery auch bekannt dann Bolle von Herumkommandiert Frau Hase und Tim Sawat vielen lieben Dank an euch dass ihr alle schon Gast wart beim Podcast hätte ich eigentlich letztes Jahr auch schon mich dafür bedanken können dass ihr auch schon zumindest Tobi dabei war ich glaube dann auch Alex von die Commander Schmiede auf jeden Fall und Matze auch also ich hätte letztes Jahr auch schon mich bedanken können aber ich würde es jetzt dann so behalten dass ich mich dann gerne immer fürs Vorjahr bei den ganzen Gästen nochmal namentlich bedanken möchte und das ist dann einfach super man sieht wie viele Gäste schon dabei waren und viele waren auch mehr als einmal dabei und darauf sollten wir auch noch gleich zu sprechen kommen so mein Plan für die Zukunft jetzt wäre es mal so interessant zu wissen haben meine Pläne aus der letzten Jubiläumsfolge funktioniert und ich hatte einen Punkt gehabt mehr Gäste ich hatte ja gesagt ich hatte jetzt schon ein paar Gäste dabei die Folgen liefen gut und vielleicht sollte ich noch viel mehr Gäste dabei haben und ich hatte vor dieser Jubiläumsfolge acht Gäste am Start gehabt und letztes Jahr waren es 41 Gäste was richtig viel ist also jeden Gastauftritt einzeln gezählt wobei die Amsterdam Vorbereitungsfolge gleich fünf Gäste auf einmal hatte und ich nicht direkt mit denen Interviews geführt habe oder über ein Thema gesprochen habe das waren dann so einzelne Einsendungen die ich bekommen hatte aber ich denke das hat auf jeden Fall geklappt also es wird auch weiterhin so sein dass ich immer wieder andere wieder Gäste einlade weil es mir einfach sehr viel Spaß macht auch mit jemand anderem über Magic Themen zu sprechen und manchmal ist es auch einfach cooler als einfach nur einen Monolog zu halten wie jetzt das zum Beispiel aber ich meine das ist ja auch mal was Schönes weil immer mal zwischendurch wieder Folgen zu haben wo man einfach mal meine Gedanken nur hört und vielleicht dass es auch dann von der Audioqualität her ein bisschen besser sein kann einfach weil es gibt manchmal einfach Schwierigkeiten und was ich auch machen wollte was ich mir vorgenommen hatte letztes Jahr war Ausprobieren von neuen Formaten und das kann ich eigentlich behaupten dass ich das schon gemacht habe also ich habe das mit der Manalyse ausprobiert also quasi Deck-Sets bewertet Decks bewertet aus Precon die rausgekommen sind aus Precons und ansonsten habe ich zum ersten Mal ein Vlog gemacht was auch echt gut ankam für meine Verhältnisse allerdings der Podcast nimmt enorm viel Zeit ein und ab und zu mal habe ich es noch beim Streaming geschafft also nicht vielleicht so oft wie ich es mir gewünscht hätte aber auf jeden Fall doch ein bisschen mehr gab es so ein bisschen ein kleines Tief Mitte des Jahres wo ein paar Spiele auch nicht so gut gelaufen sind da hatte ich dann so ein bisschen die Motivation verloren zu streamen aber wird auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr kommen vor allem jetzt mit der Artisan Commander Liga das finde ich auch mega gut das habe ich mir eigentlich jetzt nicht direkt als Content vorgenommen aber ich fand es halt mal cool einfach mal eine Liga zu haben die läuft jetzt in der ersten Woche aktuell es gibt fünf Wochen und da bauen jetzt die stärksten Decks die man bauen kann nur mit Cummins und Uncummins und die rasieren teilweise echt krass also das Deck von Chris hat in Zug vier gewonnen also Chris von Obso ist der auch mit teilnimmt dann war ein weiteres Ziel von mir noch die tausend Abonnenten auf YouTube und die laufenden Kosten wieder reinzuholen und ich muss sagen ich habe auf jeden Fall geschafft das mit den tausend Abonnenten und die laufenden Kosten kann ich schon damit gegenfinanzieren allerdings bin ich von plus minus null noch weit entfernt weil ich ja bestimmte Sachen wieder anschaffen möchte die ich dann wieder nutzen könnte um besseren Content zu machen wäre wahrscheinlich dann auch nächstes Jahr ein bisschen mehr in die Vorleistung noch gehen weil ich unbedingt ein paar Dinge vorhabe auf die ich noch zu sprechen komme und ja das ist auf jeden Fall was ich erreicht habe also das ist auf jeden Fall super gut also die Podcast Kosten alleine nur bei den Hostes hochzuladen das müsste auf jeden Fall mit drin sein und was ich mir auch noch vorgenommen hatte war mehr Interaktion mit euch und das hat ja auch wunderbar funktioniert also ich war jetzt auf diesen ganzen Events gewesen ich war auf der MagicCon ich war auf dem Command Fest ich bin jetzt wieder auf der CommandCon war letztes Jahr auch auf der CommandCon also ich versuche schon irgendwo hinzufahren und so ein bisschen greifbar zu sein und dass man auch mit Leuten quatschen kann auch spielen kann es ist noch nicht ganz so einfach weil man hat ja auch noch andere private Termine und andere Hobbys ich habe ja noch das mit der Musik zum Beispiel da sind da manchmal Wochenende geblockt jetzt zum Beispiel wäre ich ganz gerne zur Gamevation gefahren wurde eingeladen als Creator aber leider klappt es bei mir nicht ich wäre super gerne gefahren aber manchmal ist einfach die Planung schon zu voll ja und jetzt würde ich darauf eingehen was habe ich noch geplant und was ich auf jeden Fall sagen kann weiterhin abliefern ich will auf jeden Fall wieder wöchentlich eine Podcast-Folge raushauen ich weiß nicht ob ich das auf Dauer hinkriege aber ich habe es jetzt zwei Jahre lang hinbekommen und es war kurz davor dieses Jahr dass es mal nicht mehr klappen könnte weil es mich wirklich sehr sehr hingelegt hatte weil ich sehr krank war also einen bakteriellen Infekt hatte flachgelegen bin da ging es fast gar nicht aber ich habe es trotzdem geschafft und ich werde auf jeden Fall wieder vorhaben mit vielen Gästen den Podcast zu machen also es ist einfach ein Ding das macht mir sehr viel Spaß Gäste dabei zu haben verschiedene Ansichten zu haben am spannendsten wird es dann finde ich immer dann wenn es wirklich so ein bisschen reibt und man doch eine ganz andere Sicht auf die Dinge hat weil dann lernen dem Zuhörer auch so ein bisschen bei schwierigen Themen dass es zwei Seiten gibt wobei es doch häufig meiner Ansicht nach zumindest immer relativ auf einer Schiene ist also man sagt okay man ist schon eigentlich überwiegend einer Meinung aber ich denke man lernt noch ein bisschen mehr kann noch ein bisschen mehr mitnehmen wenn man verschiedene Ansichten zu Dingen bekommt das werde ich vielleicht versuchen ein bisschen zu forcieren vielleicht mal Gäste einleiten von denen ich weiß dass sie manche Dinge anders sehen als ich einfach nur um eine gute Diskussionskultur zu haben weil man kann unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem zivilisiert miteinander umgehen und diskutieren das finde ich einfach gut dann gibt es noch einen weiteren Punkt die Gameplay Show ist noch geplant ich weiß nur noch nicht genau wie ich das ganze Pilotprojekt hinbekomme also ich habe mir erst überlegt ob ich quasi all in gehe alle möglichen Utensilien anschaffe also Kameras Mikrofone Ständer wo man die Kameras aufstellen kann dann Lichter und alles mögliche ich kenne aber tatsächlich auch jemanden der da ein bisschen aushelfen kann wo ich mir das nicht alles direkt kaufen muss und mein Plan ist es für die zumindest für die ersten paar Folgen erstmal schauen wie es so ankommt und trotzdem relativ gute Aufnahmen zu machen relativ ja sehr sehr schon höher produziert auf jeden Fall diese ganze Gameplay Show zu machen und das ist auf jeden Fall mein Plan für das nächste Jahr dass ich das irgendwie hinbekomme ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen dass ich sage ich will jetzt hier jeden Monat eine Folge raushauen weil das ist gar nicht möglich das geht nicht neben dem Podcast das kann ich mir jetzt schon gleich ausreden aber ich will vielleicht schaffen halbjährlich eine Folge zu schaffen das wäre so mein Ziel ich schreibe das hier fest ich versuche einmal im halben Jahr eine Gameplay Show rauszuhauen die aber auch gut gemacht ist und wo ich zumindest hoffe dass die Leute dann aufmerksam werden auf den Content vielleicht dann auch mehr den Podcast hören wollen dass es alles so ein bisschen ineinander einspielt natürlich hat das so ein bisschen auch Vibes von Commandzone zum Beispiel die machen das auch mit dem Podcast und eben auch mit dem Gameplay aber ich denke das machen die meisten Creator die irgendwie Magic Content machen und vor allem auch Commander Content machen die haben nicht nur einfach nur einen Podcast sondern die haben halt auch nur eine Gameplay Show und der Erfolg gibt ihnen ja auch recht also das funktioniert auf jeden Fall gut und da werde ich auf jeden Fall versuchen das dann nächstes Jahr gut hinzubekommen ich weiß ich hatte das schon bei der Folge wo Martin und Daniel dabei waren also von Nackt und Rosa in der einen Folge wie man Content Creator wird oder die Schattenseiten auch davon hatte ich das ja auch schon angesprochen dass ich das jetzt machen möchte aber das Problem ist halt man ist so in seinem Trott drin es gaben so viele Events ich hatte gar keine Zeit mir da großartig Gedanken zu machen wie ich das genau machen will in Zukunft und ich will dass es cool wird und ich will dass es auch machbar ist in regelmäßigen Abständen das heißt jetzt klar zweimal im Jahr ist nicht oft aber es soll dann halt aber auch zweimal im Jahr passieren und darauf sollte man sich verlassen können genau wie man sich darauf verlassen kann dass 9 Uhr Punkt 9 Uhr die Podcast Folge online ist und ja das ist mir relativ wichtig dann sind wir so durch mit dem was gewesen ist mit dem was ist und mit dem was kommen wird und jetzt kommen wir zu den Fragen und Antworten denn ich habe wieder gefragt im Discord und auf Instagram habe ich nämlich Fragen gestellt stellt mir Fragen über den Podcast über mich ich werde sie versuchen zu beantworten und ich denke das wird jetzt ein etwas längeres Segment aber das ist vollkommen okay ich bin auf jeden Fall sehr froh dass da so viele Fragen reingekommen sind da fange ich mal an hast du im Laufe des Podcasts negative Erfahrungen gemacht mit anderen Content Creator oder auch von Zuhörern etc ich muss sagen ich habe lange überlegt und mir fällt da wirklich keine negative Erfahrung ein was mit anderen Content Creator oder Zuhörern zu tun hatte es gab aber eine Aktion und da bin ich mir nicht sicher ob das ein aktiver Hörer war der meine Social Media Posts auf Instagram zugespampt hat und zwar sehr unhöflich weil ich Patreon anbiete hat es ja quasi so dargestellt als ob ich quasi das moderne Only äh sagt das das moderne OF ich weiß nicht genau ob man das sagen kann ob das auf YouTube gestitten wird wie auch immer auf jeden Fall war das sehr sehr unflätig auf mehreren Posts mit so sehr sehr unhöflichen Kommentaren drauf gemacht und das copy pasted das war schon sehr ekelhaft also das finde ich nicht schön aber gut irgendwann kommen auch mal die Hater raus würde ich sagen aber das ist das war nicht so mein Ding aber ansonsten muss ich sagen mit den Content Creators verstehe ich mich gut es gibt man häufiger auch mal unterschiedliche Meinungen und das ist vollkommen okay das ist vollkommen okay und das finde ich auch gut aber es bleibt immer zivilisiert und das ist eigentlich das Wichtigste dabei dann hat sich der durch den Aufwand den du betreibst dein Privatleben verändert und dann muss ich sagen oh ja doch schon ich komme deutlich weniger zum wirklichen Magic Spielen also in Person meine ich damit am meisten Magic spiele ich aktuell in Form von Drafts auf Arena wobei sich das auch wieder ein bisschen gerade ändert mit der Artisan-Commander-Liga ansonsten noch die ganzen Ausflüge für die ich mir wirklich Urlaub nehmen muss damit das nicht zu viel Stress wird also Amsterdam zum Beispiel habe ich den Freitag und den Montag freigenommen damit ich Donnerstag ne ich bin nicht Freitag hingeflogen ich bin Freitag da hingeflogen und Montag zurückgeflogen also sowas ist dann halt schon ein bisschen mehr Stress aber es war auf jeden Fall auch ein sehr schönes Event das muss ich sagen aber ja natürlich ändert sich auch so ein bisschen das Privatleben weil das ja natürlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt dann wie war es auf den letzten Magic Events als Content Grader mit sogar eigenem Side Event und das ist dann die Anspielung auf das Command Fest und vielleicht auf die Command Con jetzt kommt ich muss sagen wie ein Fiebertraum hat mich mega geflasht und vor allem dann selbst etwas anzubieten ist schon echt krass und das ist auch so angenommen worden ich hatte da auch wirklich sinnvolles und wichtiges Feedback bekommen wie ich das noch anpassen könnte hab das dann später noch angepasst das Evil Deck mit den Patrons im Mana Entzug Call und ja ich muss es noch in echt noch anpassen aber ich werde es auf jeden Fall wieder spielen das ist halt eine super lustige Erfahrung und vor allem gehen die Spiele auch schnell das heißt es ist auf jeden Fall was für die letzte Runde am Abend dann die nächste Frage was hat sich innerhalb des letzten Jahres für dich oder für dich mit der Eigenwahrnehmung Projekt und deine Arbeitsweise geändert also deine Arbeitsweise hat sich erstmal nicht viel geändert die größten Optimierungen konnten im ersten Jahr gelernt werden sag ich mal also zum Beispiel dass ich die ganzen Bilder von den Karten die ich so mir für die Podcast Folgen zum Editieren rausnehme dass ich die zum Beispiel automatisiert mir in dem Format rausbringe ohne die Ränder also klar kann man sich diese Karten auch runterladen als PNG von von Scryfall direkt dass die Ränder auch weg sind das Problem dabei ist nur dass manchmal trotzdem noch so ein weißer Mini-Rand noch dran ist an den Karten das man sich als PNG runterlädt und das nächste ist natürlich dass meistens die deutsche Qualität Rotze ist also ich weiß nicht genau wie sie es machen ich habe das Gefühl die tun die Texte selber generieren und dann drüber schreiben wenn ich dann aber auf die Seite von Wizards gehe vor allem bei den aktuellen Sets dann kriege ich die richtig gute Auflösung genau wie die Karten die auf Englisch sind in Scryfall und allein diesen automatisieren Schritt hat mir bestimmt schon Wochen an Arbeit gespart wirklich also das hat wirklich viel Arbeit gespart wenn ich dann teilweise 50, 60, 70, 80 Bilder durch diesen Filter durchjagen muss von Karten die ich noch nicht hatte und das passiert einfach sehr häufig dann ja muss ich sagen habe ich sehr sehr viel Zeit gespart am Projekt habe ich somit auch nicht viel außer dass ich eben deutlich mehr Gäste eingeladen habe das ist so die Außenwirkung und dass ich damit schon einige Creator-Kolleginnen besser kennenlernen durfte das ist halt natürlich auch sehr schön dann was sind für dich No-Gos Red Flags füge hier weiteres Jugendwort für geht gar nicht wohin sich der Podcast nicht hin entwickeln davon soll also was ich auf jeden Fall nicht möchte ist dass es zu einem Podcast würde wo es um viel Negatives geht also ich bin einfach kein Fan davon die Negativität in den Vordergrund zu rücken klar es gibt immer Sachen wo man sich nicht drüber freut Sachen die man nicht übereinstimmen sieht vor allem erst in letzter Zeit habe ich das wieder gemerkt aber ich habe ja schon öfter erwähnt dass ich Hass-Content verabscheue also ich mag es einfach nicht Content zu konsumieren der immer nur drauf haut klar manchmal schaut man sich halt trotzdem an aber ich kann das halt nicht auf Dauer selber anschauen und ich will es auch selber nicht auf Dauer produzieren einfach weil es mich selber runterzieht weil es vielleicht auch andere Leute runterzieht und es bringt mir nichts ich meine das ist ja immer noch ein Hobby es soll Spaß machen und wenn ich immer nur daran denke und immer nur anspreche was mir nicht gefällt weiß ich nicht bin ich und habe ich auch keine Lust drauf dass sich das entwickelt ich will lieber den Leuten was tolles zeigen also ich will auch vor allem den Leuten was beibringen ich will dass der Podcast eine Bereicherung ist für manche Leute dass sie was lernen können dass sie was verbessern dass sie vielleicht auch mal über Sachen nachdenken über die sonst nicht nachdenken auch wenn es jetzt nicht nur um ein Spiel handelt oder nur um ein Spiel in Anführungszeichen ich finde es einfach wichtig dass man was mitnehmen kann aus Podcast und deswegen höre ich sie selber auch also das ist auch so ein Grund warum ich Podcasts höre dass ich jetzt mal Gregor gegen wie heißt es Gregor gegen Guttenberg zum Beispiel höre ich mir ganz gerne an weil sie einfach auch unterschiedlich sind sie können zivilisiert miteinander reden haben teilweise fundamental andere Ansichten auf bestimmte Dinge aber sie bleiben höflich und können miteinander umgehen und das ist halt das was mir wichtig ist und ich will natürlich auch wieder selber tolle Menschen einladen und selbst was lernen und dadurch lernen wieder auch meine Zuhörer was also wie gesagt ich bin da ich sehe das einfach ein bisschen anders als vielleicht andere Leute finde es auch okay wenn Leute darauf stehen dass sie sich immer das Negative reinziehen aber mich zieht es eher runter dann was ist für das Jahr 2025 geplant also in der Frage war dabei Events Shopbesuche Interviews neue Ideen ja und da gab es noch ein paar weitere Fragen die genau in die gleiche Kerbe gehen deswegen beantworte ich alles zusammen und zwar wenn es stattfindet wieder Commandfest und Commandcon die Magiccon ist ja wieder vom Tisch also sehr wahrscheinlich und vielleicht ein Community Treffen hättet ihr darauf Bock schreibt mir doch gerne im Discord schreibt mir über Instagram schreibt mir überall wo ihr wollt schreibt in die Kommentare wenn ihr auch Bock drauf habt dann wird es das geben ganz sicher nächstes Jahr also da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf ich weiß halt nur nicht genau ob genug Leute dafür Lust hätten dass es sich lohnt weil ich will natürlich jetzt kein Event machen wo in Anführungsstrichen nur 5 Leute kommen und weiß ich nicht von woher überall anreisen und dann merken ja gut also wird wahrscheinlich trotzdem cool sein aber es soll natürlich auch Spaß machen dass man auch mal mit anderen Leuten noch spricht die man noch nicht kennt und vielleicht dass man sehr viele Leute kennenlernen das wäre natürlich cool also schreibt mir gerne ob ihr darauf Lust hättet gibt schon gewisse Überlegungen dafür und natürlich die Gameplay Show also die Gameplay Show ist so ein bisschen das größte Ding nächstes Jahr für mich das wird die größte Herausforderung aber ich habe richtig Bock drauf ich will das mal testen das ich habe Spaß dabei ich will es einfach probieren und das ist das Ding dann hatte ich die Frage bekommen welche welche Karte war dein Underdog in diesem Jahr also hat sich alles besser herausgestellt als sie aussah und das hat eine leichte Anspielung auf eine Podcast-Folge die jetzt vor kurzem war und zwar geht es um Nexus des Werdens für 6 generischen Artefakt sagt zu Beginn des Kampfes in deinem Zug ziehst du eine Karte dann kannst du eine Karte eine Artefakt- oder Kreaturenkarte aus deiner Hand ins Exil schicken falls du dies tust erzeuge einen Spielstand der eine Kopie der ins Exil geschickten Karte ist außer dass er zusätzlich zu seinen anderen Typen ein 3-3-Golem-Adefakt-Kreatur ist die Karte kommt euch bekannt vor wenn ihr die Folge mit Freddy angehört habt oder angeschaut habt das war nämlich eine Karte die er unterschätzt hatte und die Karte musste ich mir dann sofort holen ich finde die einfach unheimlich cool und habe auch schon ein neues Broodiclut Deck gebraut wo die dann reinwandern soll auf lange Sicht eine sehr sehr gute Karte also das ist so mein Underdog für dieses Jahr dann wie sieht der perfekte freie Tag für dich aus und wenn es darum geht bei dieser Frage wenn ich wieder mit Podcast also dass ich weder mit Podcast noch mit Arbeit was machen muss dann erstmal ausgeschlafen aufstehen schön frühstücken etwas spielen gegebenenfalls Magic dann was auf Mittag kochen weil ich koche auch sehr gerne nachmittags ausruhen und abends ins Kino gehen und danach noch was trinken gehen hört sich das nicht an wie ein perfekter Tag am besten doch irgendein Marvel-Film oh ich freue mich so auf das Marvel-Set naja das hört sich doch an wie ein toller Tag meint ihr nicht dann kommst du noch regelmäßig zum Spielen und wenn ich jetzt auf diese Frage antworte und Magic Arena einrechne dann ja ansonsten eher sehr unregelmäßig also auch diese in Person treffen da müsste man fragen und ich denke mal wenn ich frage in die Gruppe dann wird schon was zustande kommen aber ich habe einfach nicht nicht so viel Zeit einfach das ist durch das Podcast-Projekt relativ weniger geworden aber ich habe auf jeden Fall vor wieder ein bisschen häufiger nächstes Jahr in Person zu spielen das macht schon nochmal deutlich mehr Spaß und ich könnte auch zu dem einen LGS fahren hier in der Nähe weil die bieten nämlich Dienstags immer Commanderabend an da könnte ich auch mal wieder hingehen dann die nächste Frage sind für das kommende Jahr größere Projekte und oder Bandauftritte geplant ja nächster Auftritt von der Band von den Echonauten wo ich Akkordeon spiele und singe ist am 5. Januar im Z-Bau in Nürnberg zum Stärkeantrinken falls ihr da Bock habt kommt gerne vorbei ansonsten wahrscheinlich wieder das Badentreffen in Nürnberg nächstes Jahr da gehe ich mal sehr stark davon aus dass wir da auch wieder spielen werden und das ist so ein bisschen geplant für die Band also finde ich auf jeden Fall gut dass wir da immer so ein paar feste Termine haben schon für ein Jahr wo wir auf jeden Fall wissen da treten wir auf und ja eben mit Mahleranzug eben die Gameplayshow was ich schon erwähnt hatte dann kam nochmal die explizite Frage wie ist der aktuelle Stand bei der Gameplayshow ich habe schon grobe Ideen für die ersten Folgen ich habe so ein leichtes Konzept schon mir ausgedacht ich habe Idee für den Namen was ich als Intro machen möchte und so weiter ich bin auch unschlüssig wenig dafür einlade weil das Problem ist ich möchte halt am besten schauen dass ich Leute aus der Gegend irgendwie akquirieren kann die darauf Bock hätten und das muss ja auch so ein bisschen passen vom Entertainment Faktor also vom Unterhaltungsfaktor dass die Leute auch so ein bisschen unterhaltsam sind sonst wird es natürlich eine Show die sich wahrscheinlich weniger Leute anschauen würden dann was hast du dir zum Start vorgestellt oder gewünscht wahrscheinlich vom Podcast dass es Spaß macht und sich Leute die Videos mehr Stunden ansehen als ich fürs Editieren gebraucht habe das habe ich tatsächlich relativ bald schon erfüllt aber wenn man sich dort anschaut okay 5 Stunden wurde die Folge geschaut ich habe aber ein bisschen länger gebraucht dann denken wir so hm zumindest das sollte sich wieder reinholen irgendwie aber das ist inzwischen schon lange passiert dann wie sieht es jetzt im Rückblick darauf aus alles voll erfüllt das war so die zweite Frage dazu und haben sich die Ziele stark verändert und wenn ja was und wo stark verändert nicht aber ich habe immer den Wunsch mehr zu machen da mein Tag aber auch nur 24 Stunden hat geht halt nicht viel mehr als das was ich eh schon mache dann wie viel Zeit geht effektiv pro Folge drauf also jede Woche und da muss ich sehr viel kann ich sagen eine Reichweite äh ich müsste überlegen also ich denke so zwischen 28 Stunden pro Folge ähm aber meist dauert es länger es gehört ja nicht nur das Editieren dazu sondern ich muss ja noch die Folgen also ich muss erstmal Folgen recherchieren das dauert eine gewisse Zeit das kann auch teilweise recht aufwendig sein mehrere Stunden dauern dann muss ich die Folge aufnehmen und das ist in der Regel das kürzeste dann muss ich natürlich die Folge noch editieren ich muss die nicht nur als Video editieren ich muss die Audio Editierung noch machen das hängt immer davon ab wie die Audioquelle ist die ich dann von meinen Gästen teilweise bekomme wenn es nicht viel Arbeit man muss sich dann noch eine Stunde reinstecken das ist noch so ein Punkt und natürlich dann eben noch die Thumbnail Erstellung also das Vorschau Bild was man auf YouTube sieht das kostet auch relativ viel Zeit vor allem weil ich mir seit kurzem noch ein bisschen mehr Mühe gebe weil ich möchte dass wenn man mein Gesicht sieht dass man weiß oh das ist der Maler in so Podcast da will ich doch mal reinhören was der zu sagen hat deswegen ist seit kurzem auch mein Gesicht oder beziehungsweise jetzt auch das Gesicht vom Gast mit drauf weil ich darauf auch schon angesprochen worden bin und naja man muss das Ganze noch planen bei Social Media und das ist nicht nur ja schnell hochladen fertig ist das man muss verschiedene Texte schreiben für Twitter schreibe ich einen anderen Text als für Facebook und für Facebook schreibe ich einen anderen Text als für Instagram bei Instagram kann man keine Links reintun das heißt wenn man da einen Link reintut dann wäre man kann dann nicht mal diesen Link kopieren weil es einfach nur Text ist deswegen verstehe ich Leute nicht die Videos teilen und dann den Link reinpacken den man nicht kopieren kann das heißt du müsstest entweder ein extra Geld haben oder es händisch abtippen man kann eine große Null auch ein O sein also gefühlt zumindest kann man sich da vertippen und da habe ich deswegen sage ich dann immer schau in die Bio und da findet man einen YouTube Kanal und da kann man die Podcast Folge finden dann gibt es Magic bezogene Sachen die du machst weil Content Creator bist und auf die du sonst nicht so große Lust hättest tatsächlich mache ich eigentlich nur das worauf ich Lust habe also beispielsweise so Precon Upgrades finde ich absolut öde auch wenn sie wahrscheinlich Reifigkeit generieren könnten aber da ich mir selbst keine Precons oder kaum welche kaufe bin das auch einfach nicht ich und es gibt ja auch andere Kollegen die das schon vollumfänglich machen also sowohl auf Instagram als auch auf YouTube gibt es ja schon Leute die Precon Upgrades machen und so und ich könnte wahrscheinlich was editiert die Fähigkeiten vom Editieren der Videos angeht könnte ich wahrscheinlich da auch relativ gut Reichweite machen aber Precons interessieren mich einfach überhaupt nicht also wenn ich einen Commander sehe also meistens wenn ich wenn ich einen coolen Commander sehe dann ist es schon was anderes aber meistens interessieren mich die Precons nicht dann bist du durchs Content Machen besser in Magic geworden und ich denke ja es gibt immer so ein paar Feinheiten die ich teilweise nicht gewusst hätte wenn ich den Podcast nicht hatte also ich muss ja recherchieren für bestimmte Dinge jetzt auch so banale Dinge wie ich mache wie baue ich ein Deck oder andere Geschichten und das hilft mir ja selber auch also nicht nur euch denen ich das dann vortrage und hoffentlich was Neues beibringen kann oder zumindest noch mal ein bisschen schärfen kann in manchen Stellen die ihr noch nicht so genau wusstet aber es hilft ja mir selber auch ich lerne ja auch einen Haufen dadurch deswegen ist es auf jeden Fall bin ich denke ich schon besser geworden dann hast du schon mal daran gedacht weniger Content zu machen sondern aufzuhören hoffentlich nicht mit Affen Emoji was die Augen zuhält manchmal ja das passiert allerdings hauptsächlich wenn Videos und Podcast Folgen nicht gut ankommen das ist so ein Auf und Ab eines Content Creators wenn es gut läuft ist man happy und wenn es mal nicht gut läuft kann das auch mal massiv runterziehen aber wirklich daran gedacht Content aufzuhören hatte ich nur bei dem Punkt wo mir Steine durch die Gründen durch das Gründen des Nebengewerbes in den Weg gelegt worden ist also das war so ein Punkt wo ich dachte so boah lohnt sich das überhaupt weil es ist dann einfach so bei YouTube muss man wenn man Partner wird und eben monetarisieren kann muss man das Gewerbe anmelden das ist leider so aber ansonsten manchmal vielleicht nur dass ich sage so ja die Folge kommt nicht gut an irgendwie motiviert es jetzt gerade nicht weiter zu machen aber machen wir auch trotzdem weiter und man hat da einfach Bock drauf und deswegen geht es trotzdem dann wie viele Commander Decks hast du im Moment und ich habe nachgeschaut es sind 14 Commander Decks wovon eines aktuell nicht legal ist mein Brudiglad Deck weil da ist immer noch Jewel, Lotus, Mana Crypt und Dogside Extortion ist drin willst du noch eine andere Formate außer Commander Tiefe einsteigen und kann ich gleich sagen habe ich nicht vor das ist eigentlich mein Versuch in Lorcana einzusteigen ist kläglich gescheitert ich habe nur die die Precons also diese Starter Decks mir damals geholt vom ersten Set und habe die halt gespielt zwei, drei, vier Mal und seitdem nicht mehr also ich ich schaffe es ja gerade nur das mit dem Commander hinzukriegen allein die Zeit die ich ans Projekt reinstecke habe ich dann keine Zeit noch für andere Formate und geschweige dann überhaupt andere andere Spiele dann wenn du zum Spaß spielst denkst du dann manchmal ach cool das muss ich im Podcast verwenden erwähnen und es gibt immer wieder mal Anekdoten die es aus Spielen in einem Podcast schaffen wie beispielsweise das Spiel mit Alex auf der MagicCon Amsterdam also da wo er mir ein Pact of Negation gegen Tetherys Protection gespielt hat und und ich ihm dann auf seinen Hinweis hinweg dass er ja nur zwei blaue Manaquellen hat die er bräuchte um Pact of Negation zu bezahlen sonst würde er das Spiel verlieren dann was und einen verrückten Itali-Trigger ich weiß nicht mehr genau es war auf jeden Fall so eine Kombination wo ich dann was tutoren konnte durch eine Karte von jemand anderem hab mir dann ein Removal getutort und hab seine Karte exiled das war sehr fies aber solche Sachen schaffen es dann schon mal in dem Podcast dann wann kommt die Gameplay-Show nächstes Jahr ist jetzt mein Plan nächste Frage ist wer wäre dein favorisierter CEDH-Commander und ich hab darüber nachgedacht weil ich bin tatsächlich eingeladen Ende des Jahres ein CEDH-Spiel zu spielen ich hätte eigentlich Kinnon gesagt weil den hab ich schon mal gebaut und den find ich ganz gut aber ich will Back to the Roots und das ist nicht schlimm wenn das nicht das stärkste Deck ist und ich will unbedingt mal wieder Teferi Chainmail bauen das heißt wahrscheinlich wird's Teferi Chainmail vielleicht ist er auch viable nach den Buns wer weiß dann hab ich die Frage bekommen du hast einen Wunsch frei was wünschst du dir von Wizards Hasbro mehr Secret Lab weniger Sets günstiger oder MTG Lip Lab hat er dann auf Instagram das gleiche gefragt wenn du CEO von Wizards of the Coast wärst was würdest du alles ändern wollen und ich hab einen Punkt den ich ändern würde und der Punkt ist auch nur deswegen so spannend weil dadurch wird man bestimmt viel mehr Leute dazu bekommen dass sie Magic feiern und vielleicht auch damit anfangen und zwar würde ich zu jedem Set was rauskommt einen Triple A Film gerne auch animiert der so richtig den Hype anschiebt machen lassen also wirklich so einen richtig guten Film der dann auch die Story anheizt wo die Leute richtig Bock drauf haben und das wäre wahrscheinlich was womit auch Magic eine größere Relevanz bekommt was die Lore angeht und man vielleicht nicht ganz so angewiesen wäre auf andere IPs wie beispielsweise Marvel oder Final Fantasy dann hab ich die Frage bekommen auch intern auf Discord und auf Instagram von EDH Love von Owe zum Beispiel welchen Gast möchtest du unbedingt noch einen Podcast haben und tatsächlich gar nicht so bestimmte viele also es gibt immer mal wieder Leute wo ich mir denke ah das wäre bestimmt ganz cool wenn sie mal zum Podcast kämen aber mein Ding ist ich möchte wenn ich einen Gast einlade das sind ja keine reinen Interviews die ich mache sondern ich hab immer ein Thema das auch ein bisschen zumindest auf den Gast zugeschnitten sein sollte das heißt ich lade halt den Blackie zu sowas ein wo er als Judge viel dazu sagen kann weil es einfach gut passt und vorher hab ich halt dann das Interview und das deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen weil es gibt so manche Leute wo ich sagen würde die würde ich gerne einladen aber ich wüsste nicht was für ein Thema man spricht weil ich will kein reines Interview führen natürlich möchte ich die Person gern kennenlernen und das ist ja auch ein essentieller Teil inzwischen in den Podcast Folgen mit neuen Gästen in dem Fall dass ich sie eben auch ein paar Sachen frage und sie gerne kennenlernen möchte aber das Thema muss halt trotzdem irgendwie zum Magic zum Mahneinzug Podcast passen also es kann auch mal ein anderes Format sein aber dann weiß ich gleich schon von vornherein wenn ich irgendwie eine Podcast Folge zu Pauper mache oder irgendein anderes Format was nicht sehr relevant zum Podcast ist dann weiß ich das wird bei YouTube auf jeden Fall nicht performen auf den Podcast Plattformen wahrscheinlich noch okay aber ich bin dann auch trotzdem auch so ein bisschen getrieben von den Sachen die dann zu dem passen zu der Nische die ich aufgebaut habe und ja deswegen kann ich da jetzt keine exakten Leute sagen aber ich habe ein paar im Kopf dann welches ist deine Lieblingsfarbe beziehungsweise Kombination ich würde sagen Lieblingsfarbe ist grün ich mag einfach Landramp ich mag coole Kreaturen große Kreaturen starke Kreaturen und ja deswegen muss es grün sein und in der Kombination ist es dann wahrscheinlich naja weil das auch so die Farbkombination ist die ich am häufigsten hatte also entweder also entweder irgendwelche Teilfarben davon oder halt am Ende komplett die drei Farben und zwar weiß, rot, grün ich spreche ja laufen von Rocco ich habe aber noch Duskana gebaut ich hatte noch ein Aragorn Deck was auch in den drei Farben war also deswegen wahrscheinlich die Kombination dann welcher Deck Archetyp gefällt dir am besten und welcher am wenigsten beziehungsweise gegen was für Decks spielst du am liebsten beziehungsweise am wenigsten gern tatsächlich glaube ich dass Reanimator ein Thema ist was mir sehr gefällt aber aktuell habe ich da kein Deck das muss ich unbedingt nochmal nachholen in naher Zukunft und am wenigsten gefällt mir Sagen und Planeswalker zu viel woran man denken muss die Züge sind unnötig lang und deswegen mag ich es nicht so gern als Archetyp und ich spiele eigentlich gegen nichts besonders gerne aber ich spiele am wenigsten gerne gegen Stax-Effekte also das ist immer so wo ich dachte so okay wir spielen jetzt unser chilliges Spiel und ich kann aber nicht spielen schau nur zu und das macht einfach keinen Spaß dann wenn du eine Regel vom Commander ändern könntest welche wäre es und ich habe echt lange überlegt was für eine Regel ich ändern könnte und ich würde keine Regel ändern ich würde alles so lassen wie es ist dann wenn du eine Karte von der Bannliste entfernen könntest welche wäre es und ich würde Primeval Titan entfernen von der Liste der ist glaube ich der der jetzt beim ECB zwei Länder raussucht im Attack ich bin mir nicht ganz sicher wahrscheinlich ist er zurecht gebannt aber ich habe den noch nie nicht gebannt gesehen deswegen kann ich es nicht sagen ich würde den aber gerne mal ausprobieren vor allem weil ich den hier auch rumliegen habe der war an einem Secret Lament dabei dann war eine Frage gibt es Farbkombis und oder Deckstrategien die du nicht spielen willst und ja Farbkombination ist eigentlich kein Problem aber so Stacks sind nicht so meine Lieblingsstrategie ich habe ja vorhin erwähnt für das CEDH würde ich dann ein Teferi bauen aber da weiß ich ganz genau es geht darum zu gewinnen so hart wie möglich zu spielen und deswegen ist es dann für mich an der Stelle okay aber sonst bin ich kein großer Fan von dann was ist die wertvollste Karte in deinem Besitz das hat sich tatsächlich geändert über die letzten paar Wochen weil vorher war es auf jeden Fall Mana Crypt inzwischen ist es ein Chrome Mox Retrofoil von einem Secret Lehrkalender der vom letzten Jahr war glaube ich also ja so schnell kann sich es ändern die teuerste Karte war lange Zeit die Mana Crypt dann habe ich die Frage bekommen hast du schon mal über einen festen Co-Host nachgedacht und kann ich sagen ja definitiv vor allem weil man sich dann Arbeit auch teilen könnte aber ich denke das wird nicht passieren weil wenn ich einen festen Co-Host hätte würde ich das gerne vor Ort machen dass man beide die gleiche guten Mikrofone hat bessere Kameras etc das müsste meinen Ansprüchen dann entsprechen weil ja ich weiß nicht genau also das wäre das wäre halt der Traum am Ende des Tages wäre das der Traum wenn ich sagen könnte ich hätte so eine Art Studio und hätte einen festen Co-Host Partner und wir würden halt die Folgen zusammen aufnehmen Problem ist dann wieder natürlich auch manchmal ist es einfach dann schwierig vom Zeitlichen her jeder hat so sein Leben auch nebenbei und die meisten machen das halt einfach auch nur aus Spaß oder halt ohne irgendwie davon getrieben zu sein dass es machen müssen deswegen kommen vielleicht bei manchen anderen Podcasts nicht immer sehr regelmäßig alles raus aber das ist so ein bisschen der Punkt also wenn ich einen Chorus haben würde dann nur vor Ort dann bist du eher Spieler oder Sammler und ich denke dass ich eher Spieler als Sammler bin wobei es auch schon Dinge gibt die ich sammle und zwar an den Wänden habe ich ja schon die Herr der Ringe nicht die Szeneboxen hängen sondern eben diese Full Arts die zusammen ein Bild ergeben davon wird es mit Sicherheit bei Marvel jetzt auch was geben und die will ich alle haben die will ich alle haben und das sammle ich dann tatsächlich dann wie häufig kommt abdeadest du deine Decks einmal im Jahr oder pro Set was rauskommt und in der Regel wenn ein Set rauskommt und ich eine neue Karte sehe dann sagt er dies aber gut in dem Deck dann in der Regel wenn das Set rauskommt es gibt manchmal wieder so Decks wo ich immer wieder mal drüber schaue wie mein Phenax Mill Deck das bekommt relativ wenig Liebe weil es auch relativ wenig gespielt wird aber da könnte ich mal mal wieder die Axt anlegen und ein paar Sachen verbessern dann gibt es eine Karte die du in fast jedem Deck spielst weil sie dir sehr gut gefällt und ein Allrounders ist Staples wie Soloring und Command Tower etc. ausgenommen und ja Hand das Insight ich kann es nicht oft genug sagen die Karte finde ich super das ist eine meiner Lieblingskarten dann gibt es ein Franchise was du gerne mal in Magic sehen würdest egal ob als Secretlayer oder eigenständiges Set und ich fände als eigenständiges Set Game of Thrones mega gut also ich finde es ich finde es einfach ziemlich cool ich lese gerade das erste Buch auf Englisch durch was ich lange nicht gemacht hatte ich hatte schon ewig aber ich hatte im Urlaub angefangen und jetzt lese ich abends mal so ein, zwei Kapitel und das würde ich mega feiern also Game of Thrones wäre auf jeden Fall wo ich auch all in gehen würde dann probierst du gerne neue Kombis, Farben, Spielweisen aus und baust vielleicht sogar spontan mitten im Spieleabend deine Decks um weil du beispielsweise beim Gegner eine Schwachstelle ausgemacht hast die du jetzt unbedingt testen willst oder bleibst du deiner Linie und baust sowas in Ruhe im stillen Kämmerchen und da muss ich sagen eher Letzteres das Einzige was ich mal mache wenn ich es spiele und das ist ganz selten ist bei Pauper oder so dann Sideboarden falls ich irgendwas brauche gegen eine Strategie also einen Commander mache ich das überhaupt nicht also das kann man auch gar nicht wissen dann packt jemand ein ganz anderes Deck aus als du so dachtest wenn du jetzt irgendwie Turnierformat spielst und du weißt das sind die Top Decks und dann spielst du mit deinem Kumpel und der sagt dann ja ich spiele jetzt das Deck dann sagst du okay dann Sideboard ich nochmal schnell ein bisschen um oder so aber normal mach ich das gar nicht dann wie bist du zu Magic gekommen also erster Kontakt war das gleich Commander zum Beispiel oder ein anderes Format ähm ich bin durch Tobi der jetzt schon am häufigsten zu Gast war beim Podcast zu Magic gekommen und ich bin mir gar nicht sicher ich meine das erste den ersten Kontakt den ich hatte war im Limited ich glaube das erste war ein Sealed was ich gespielt hatte ich bin mir aber nicht 100% sicher aber dann auch sehr sehr bald Commander also das sind so die beiden Formate deswegen wahrscheinlich mag ich die auch heute noch am meisten beziehungsweise immer noch Commander aber ja durch Tobi und Limited dann hattest du mal eine Runde Commander oder andere Formate die dir richtig im Gedanken geblieben ist ein lustiger Moment oder ein epischer Win und ich muss sagen die eine Situation wo ich Alex seine eigene Medizin zurückgegeben habe mit dem Pact of Negation wo ich ihn dann quasi dazu zwingen konnte das Spiel zu verlieren das ist richtig im Kopf geblieben das werde ich auch nie vergessen also das war schon sehr gut dann Lieblingskarten und warum genau diese Hunter's Insight kann ich nicht oft genug sagen dann was war dein günstigsten teuerstes Commander Deck und das günstigste was ich bisher gebaut hatte war das Naiv 30 Euro Budget Deck und das teuerste mein relativ ausgeblinktes Broodiger Deck mit über 1000 Euro glaube ich also es dürfte immer noch so viel wert sein auch wenn jetzt die Karten drin sind deutlich weniger wert sind also die True Lotus Dogside und Mana Crypt aber es ist dennoch dennoch so teuer glaube ich weil ich habe auch die ich habe so Galaxy Foil Basic Länder drin zum Beispiel und ja das hat so ein bisschen ein bisschen einen gewissen Platz in meinem Herzen dann wenn du eine Sache an MTG ändern könntest welche wäre es und wenn ich was ändern könnte wäre es den Hass aus der Community zu entfernen also das ist einfach unglaublich was ich dafür abgründet in den letzten 4-5 Wochen offenbart haben ist echt widerlich also da das würde ich gerne entfernen wollen aber das kann ich leider nicht dann hat noch gab es noch ein paar Instagram Fragen die jetzt am Ende noch kommen und zwar von 40 Life Podcast Welche Farbkombi spielt Angela Merkel am liebsten nicht anhand der Parteifarbe ermitteln wie nicht anhand der Parteifarbe das wäre am einfachsten gewesen aber ich denke wahrscheinlich blau-weiß also so ein bisschen Control so ein bisschen schauen dass man alles beobachtet und dann die richtigen versuchen die richtigen Dinge zu machen ein bisschen verborgen bleibt sodass die Leute einen gar nicht wahrnehmen und dann für gut empfinden ach keine Ahnung sowas in der Richtung dann hat Brettspielwahnsinn gefragt schwitzen Kühe unter schwarzen Flecken mehr wie unter weißen und ich habe einfach mal Google gefragt und sagt die Kuh ist in dieser Frage den Menschen recht ähnlich sie schwitzt nicht gern und hat Strategien entwickeln um der Hitze zu entkommen der Königsweg führte sie dabei in den Schatten wo die Sonnenanstrahlung und demnach auch die schwarzen Flecken keine Rolle mehr spielen also wahrscheinlich nicht dann welche hat Chris Shelley noch geschrieben gefragt welche Karte würdest du dein Gast im Podcast jedem empfehlen ins Deck zu nehmen Hunters Insight ich kann es nicht oft genug sagen dann Kolber Flo hast du mal an ein Lied über Magic gedacht für deine Band oder gibt es sogar schon eins und in der neunten Podcast Folge habe ich das jetzt 12 Days of Christmas zu 12 Days of Saltmas arrangiert ich tue das auch mal in die Infokarte rein auf YouTube direkt in der Band habe ich allerdings noch nie die Idee geäußert ein Lied über Magic zu machen und weiß ich jetzt nicht so genau ob sie dann wirklich feiern würden weil ich bin glaube ich der Einzige der Aktiv Magic spielt deswegen wahrscheinlich nicht aber vielleicht kommt da auch mal irgendwann was ich habe schon so ein paar Ideen gehabt aber keine Zeit dann hat die Gathering gefragt Lanova Elves Elvish Mystic oder Fyndhorn Elves und ich würde in einem Gründeck am liebsten alle drei spielen aber ich finde die Full Art Version von Elvish Mystic aus Double Masters 2022 meine ich oder Commander Masters tatsächlich am schönsten also ich mag einfach Full Arts dann hat der Robin bzw. Gamery gefragt was waren deine Inspirationen für den Podcast und da muss ich zuallererst natürlich Command Zone sagen einfach das was ich zuerst gesehen hatte die Gameplay Shows und eben auch den Podcast regelmäßig gehört was ich immer noch mache und später habe ich dann aber auch viele weitere Podcasts angehört nicht nur unbedingt Magic bezogene Podcasts die mich dazu inspiriert haben das auch zu probieren also genau dann hat immer noch weiterhin Robin gefragt hast du dir Ziele gesetzt und hast du diese erreicht und ja also ich habe ja schon vorhin erklärt also die Ziele fürs zweite Jahr habe ich erreicht jetzt gilt es auch die Ziele fürs dritte Jahr zu erreichen dann hat noch Johnny Jumps hat gefragt Zitonen Torte oder Marmorkuchen und darauf antworte ich ich bin nicht so der Torten Fan also dann eher Marmorkuchen dann hat noch Owe gefragt wie hat sich dein Deckbau verändert seit du den Podcast machst und ich denke mal die größte Änderung war dass ich mit Tags arbeite bei Moxfield würde ich sagen da hat noch Sasch16 gefragt was ist deine Lieblingserinnerung aus an MTG und würde ich sagen das erste Sealed spielen und das erste Mal dass ich mein eigenes Deck gespielt habe also Brody Cloud und Xcaller hat doch gefragt die letzte Frage welcher Commander würdest du gerne bauen wollen ich habe Viktor geschrieben habe es dann auf Moxfield gebaut und bin nicht überzeugt ich weiß da nicht genau ich muss irgendwie habe ein bisschen gegoldfisht irgendwie habe ich gerade so eine Deckbau Blockade aber ich werde schon wieder einen Commander finden den ich wirklich gerne bauen will ja das waren jetzt die Fragen und Antworten Wahnsinn wir sind schon echt ein ganzes Stück dabei sehr sehr cool kommen jetzt zu dem wahrscheinlich für viele ein wichtiger Punkt der nicht zu verachten ist und zwar Giveaways ich habe hier Giveaways und es wird diesmal drei coole Sachen geben die ich gerne verlosen möchte und ich möchte euch kurz zeigen was die Sachen sind also das erste ist habe ich mich mega drüber gefreut ich würde es am liebsten gar nicht weggeben wollen würde es lieber behalten wollen aber ich habe das bekommen vom lieben John Dent den müsstet ihr letzte Podcast Folge auch schon erwähnt gehört haben weil ich ihn als Patron genannt habe er hat mich angeschrieben hat gesagt er würde gerne was beisteuern für das Giveaway fürs zwei Jahre Jubiläum und hat die Karte Mana Drain ich halte es mal kurz in die Kamera rein ihr könnt es jetzt nicht sehen die Karte Mana Drain von Outlaws of Thunder Junction von diesem Bonus Sheet altern lassen von den Wooburgs ich glaube das müsste man irgendwo sehen können bin mir nicht sicher von den Wooburgs altern lassen mit dem Mana Entzug Logo drauf und dem Creatorhof der Hand also alles was dazu gehört mega cool richtig cool schaut sehr sehr cool aus das könnt ihr gewinnen das ist eine der Sachen die ihr gewinnen könnt dann das nächste was ihr gewinnen könnt ist ein Ultimate Guard Sidewinder wo ihr euer Commander Deck tun könnt und das Schöne dabei ist vorne drauf ist das Mana Entzug Logo drauf das heißt eine Deckbox die es nur einmal gibt weltweit weil das ist eingraviert worden auf dem Command Fest von Chris vielen lieben Dank an der Stelle nochmal steht auch hier drauf vorne drauf steht auf Command Fest Frankfurt an der Seite ist ein rot blauer Sidewinder finde ich sehr sehr hübsch und dann gibt es als letztes noch ein Precon zu gewinnen und zwar das schwarz-blaue wiederkehrende Überwachung mit ich glaube Mirko als Commander Mirko obsessiver Theoretiker dieses Self-Mill Deck und das auch so ein leichtes Reanimate-Thema hat glaube ich bin mir gar nicht sicher und das verlose ich auch also richtig coole Sachen die hier verlost werden ich finde cool dass ich sowas tolles verlosen darf und dieses Mal gibt es zum allerersten Mal der Geschichte von Manazug drei verschiedene Varianten wie ihr daran teilnehmen könnt und das Wichtige dabei ist dass ihr dreimal gewinnen könnt theoretisch weil die werden nicht random ausgelost könnten dann auf einer Plattform nur ausgelost werden sondern die werden tatsächlich verlost für jeweils eine Plattform das heißt ihr könnt eins davon gewinnen und ich werde auch auslosen was für welche Plattform kommt das heißt ihr könnt jetzt noch nicht wissen was man bekommen kann wie bei einer Möglichkeit die man teilnimmt eben genau die erste Variante ist auf YouTube zu abonnieren und mir eure Lieblingsfolge von Manazug zu kommentieren wenn ihr noch dabei seid ihr könnt auch gerne ein Thema vorschlagen falls ihr noch falls ihr neu dabei seid und noch nicht so viele Folgen gesehen habt wichtig ist abonnieren und kommentieren die zweite Variante ist auf Spotify dem Podcast zu folgen und zu bewerten ich würde mich über eine gute Bewertung sehr freuen und diese Folge zu kommentieren auf Spotify eben auch mit eurer Lieblingsfolge von Manazug oder eben ein Thema was euch mal interessieren würde falls ihr noch nicht so lange dabei seid und die dritte und die dritte Möglichkeit ist auf den Mana Entzug Discord zu kommen und im zwei Jahres Jubiläum Q&A zu schreiben was eure Lieblingsfolge ist oder was für ein Thema ihr euch gerne wünschen würdet das heißt ihr könnt jetzt auf allen Plattformen gleichzeitig teilnehmen könnt theoretisch alle drei Gewinne auf einmal abräumen somit ist das auf jeden Fall gesagt und wichtig ist dass im Discord müsst ihr zuerst die Regeln akzeptieren wenn ihr auf den Discord kommt und noch nicht dort seid müsst ihr die Regeln akzeptieren und dann könnt ihr erst diesen Kanal sehen und das ist doch eine super Sache ihr könnt bis zu dreimal gewinnen am besten gleich Mana Entzug und den Sidewinder könnt ihr quasi dann Mana reintauschen für einen anderen Counterspell und das alles in den Sidewinder reinpacken und ihr habt Zeit eine Woche zum Zeitpunkt wo ihr es jetzt hört bis eben die nächste Folge rauskommt das wird dann am 8 sein am Freitag den 8 November habt ihr Zeit bis abends um 18 Uhr daran teilzunehmen wichtig ist nur in europäisches in Europa wird es versendet und nicht in der Schweiz genau das sind so die Sachen die weiteren Bedingungen könnt ihr gerne nachlesen wenn ihr wollt und ich finde es cool dass ich solche tollen Sachen verlosen darf also dieses Mana range schaut Ja und wie gesagt die weiteren Teilnahmebedingungen stehen in den Shownotes und in der Videobeschreibung und jetzt kommen wir in die Endphase jetzt habe ich mir eigentlich gedacht ich beende dann eigentlich relativ bald aber irgendwie verkommt das Ganze doch so leicht zu ein bisschen auch in der News Teil denn es wurde jetzt ganz frisch das Commander Format Panel vorgestellt von Gavin Verhey über das Commander Format wie es weitergehen wird also es wurden ja vier Karten gebannt danach wurde dann durch den Shitstorm der entstanden ist und halt eben auch die Morddrohung das Format an Wizards of the Coast übergeben und die haben gesagt ja wir haben hier so ein Bracket System und ja wir überlegen wie wir das jetzt fortführen und die haben das Commander Format Panel quasi angekündigt das ist so ähnlich wie das Pauper Format Panel die Quelle dazu findet ihr auch in den Videobeschreibung Achtung der Artikel ist nur auf Englisch verfügbar das heißt wenn ihr den anklickt und der verschwindet sofort müsst ihr auf der Seite ganz nach unten scrollen die Sprache auf Englisch stellen und dann den Artikel nochmal aufrufen sonst geht's nicht und ich möchte darauf noch ein bisschen eingehen ich finde es eigentlich ganz spannend also alle aus dem ehemaligen Rules Committee und der Commander Advisory Group also von denen die vorher das Format geregelt haben wurden gefragt ob sie daran wieder teilnehmen wollen an dieser Commander Format Panel und ein Großteil davon hat sich bereit erklärt wieder daran teilzunehmen auch welche die aus der Commander Advisory Group ausgestiegen sind unter anderem Josh Lequan Kristen finde ich an sich sehr gut dass sie die Leute wieder einbezogen haben weil die haben ja die letzten Jahre auch das Format schon beeinflusst und auch mitgeführt und deswegen finde ich es macht auch Sinn dass die das machen und wie gesagt sie heißt jetzt Commander Format Panel und was ich noch rausgelesen habe was ich noch ganz interessant finde was ich noch euch mitteilen wollte war dass es keine Änderungen gibt von der Bandeste bis mindestens Anfang des nächsten Jahres und wenn welche kommen wird es auch so Ankündigungen vorgeben also das ist jetzt nicht so wie bei der bei dem Band jetzt im September wo es dann heißt klatsch hier sind die Bans und friss oder stirb nach dem Motto sondern das soll irgendwie angekündigt werden das finde ich auch mal ganz gut und jeder im Commander Format Panel wird bezahlt das fand ich eigentlich ganz gut also es ist kein reines Ehrenamt mehr jetzt sondern die Leute die sich da einbringen und was tun werden auch bezahlt inwiefern die bezahlt werden wie viel die bezahlt werden wird natürlich nicht erwähnt aber zumindest werden sie für ihre Mühen und für ihre Zeit die sie in dieses Projekt noch extra reinstecken auch belohnt und das finde ich eigentlich eine sehr gute Sache und vor allem was auch noch drin stand dass Wizards die Entscheidung übernimmt und das auch nicht die Leute nicht äußern dürfen dass sie irgendwas anders sehen als eben Entscheidungen die getroffen worden sind die sollen das auch machen finde ich auch ganz gut dass man versucht nicht den Leuten den Mund zu verbieten und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen also ein sehr schöner Artikel ich schaue immer noch ein bisschen skeptisch drauf aber ich bin auch leicht optimistisch und freue mich ein bisschen darauf dass vielleicht auch ein bisschen mehr wie soll ich sagen mehr Kontakt dann wieder kommt weil ich finde auch von den Leuten die drin sind in diesem in diesem Commander Format Panel sind auch Leute die kleinere Creator teilweise sind und die kommen auch schon also weltweit irgendwo her also auch ein paar aus Europa sind mit dabei ich glaube Australien war auch dabei und auch noch Asien irgendwas also ich finde gut wenn sie versuchen so viele Regionen wie möglich abzubilden und nicht nur die amerikanischen Creator damit einzubinden weil wir haben ja schon kennengelernt dass die Power Level Einschätzung aus den Staaten ein bisschen anders sei aus Europa in dem Sinne und blicke darauf eigentlich relativ optimistisch also würde mich mal interessieren wie ihr das so seht seht ihr das anders glaubt ihr das ist ein Fehler das läuft nicht gut wird nicht gut funktionieren würde mich auf jeden Fall sehr interessieren schreibt es mir gerne in den Kommentaren und dann sind wir am Ende der Folge zwei Jahre Mana Entzug Wahnsinn also es ist ja richtig crazy was da alles reingegangen ist also ich bin mega überwältigt über das was passiert ist und ich bin sehr sehr gespannt aufs nächste Jahr und ich gebe mein Bestes und ich hoffe dass man das auch sieht und am Ende bleibt auch nicht mehr viel zu sagen wie immer ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß beim Commander Spielen